Sechs. Der ist ja so alt wie du. Oder? Das ist dein zweiter Count. Oh, 31% Unrate. Okay. Trau ich mich. In den letzten paar Tagen. Ja, geh du auf... Wo willst du hin? Rechts oder links? Ja, ja, standard. Kannst du auf rechts gehen. Lass mich durch dann, bitte. Du brauchst eh noch. Ja, dann lass mich versuchen zu spotten. Probier's jetzt einfach. Sein Even... Ich hab jetzt gerade die Stats von dem vom Death Boy gecheckt, von der Su, die ist jetzt nicht so gut. Aber der Even kann mich trotzdem wegjodeln. Dann krieg ich aber schöne HE. Es könnte jetzt sein, dass ich, wenn ich gut für dich spotte, dass ich die Gunmark bekomme. Vielleicht für einmal. Kann jetzt aber auch schief gehen, wenn der Even das clever macht. Na, da oben ist er. Das macht nix. So lange mich jetzt nicht sieht. Das ist schon mal nicht so clever von ihm. Okay, ich bin in Position. Jetzt musst du ein bisschen warten. What? Unser Even ist auch gestorben. Oh. Dann müsst ihr da oben aufpassen, ne? Nicht, dass sich der Even da auch dann aufmacht. Aber denk dran, vielleicht krieg ich gleich die Heavies oder so auf. Der ist ja geschafft, in dem Even als erstes da zu sterben. Hab so viel Support, wenn jetzt hier was kostet. Na, da oben ist was. Phase? Phase ist mein Spot. Ja, der ist halt ein bisschen... Der ist ein bisschen spät. Aber ich... Da, jetzt. Gönn dir. Track? Track dauernd. Schade, das ist wenig. Das ist verdammt wenig. Na gut, jetzt hat nochmal einer mit 700 draufgeschlossen. Okay, geduldig. Der hat sich komplett schon reingefeedet dort. Vielleicht kommt noch ein Nachzügler. Oh, der Achtung, der Even bei euch. Ich hab einen T-34 Nachzügler noch. Naja, ich bin offen. Ja, versuch erstmal zu überleben. Das ist wichtiger. Versuch dich da rauszuziehen. Bringt nichts, wegen dem Even dann. Ja. Jetzt jodelt der da lang, ey. Könnte auf ihn schießen, ne? Ich glaube, ich schieße jetzt auch auf den. Ne, ich schieße nicht auf den. Ich hab einen T-10 da oben aufgemacht, ne? Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, jetzt zu schießen. T-34 eventuell, äh, meiner. Das ist ja scheiß Even, Mann. Ich stehe jetzt relativ safe. Bleib einfach vor dem Safe. Der ist perma-spottet von mir. Bleib einfach. Ja. Er checkt das nicht. Wenn der T-34 reinfahren will, dann... Da hat Emil noch. Emil, Emil, Emil. Okay, reload. Okay, lade einfach nach, dass er kack Even kommt. Wieder Achtung. Ich könnte schon auf ihn schießen jetzt. Ach, da kommt noch mehr an T-34. Dieser Evener, ich bin so getriggert, den zu beschießen jetzt. Aber das belohnt sich halt nicht. Kein anderer Mal, der da aufschießt. Jetzt schieße ich gleich. Ich schieße natürlich daneben, ey. Dieser Typ, der nervt mich ultra hart. Der nervt mich einfach ultra hart. Aber dass auch keiner auf den schießt, kannst du... Wenn jetzt einer da gestanden wäre, der wäre tot gewesen. Da, Titan. Na, da komme ich. Du musst dich woanders hinstellen. Da kommen keine Emis mehr. Ja, ich... Da kommt der Even wieder. Ja, jetzt fahre ich. Soll ich jetzt mal verpissen. Noch einen Schuss und der ist raus. Du, das ist nur für den Anfang, diese Position. Geh einfach weg, sonst nervt dich der Even. Wenn der weg ist, dann kannst du wieder rauskommen. Du kannst auch da rüber... Geh da rüber und aim da rüber. Äh, da fahre ich. Weiß auch nicht, warum das keiner macht von unserem Team. Dann wäre der Even nämlich schon dreimal raus. Ist das der Progetto, der mich beschossen hat? Even ist One-Shot jetzt. Shitpack steht hier schon sehr weit vorne. Ein Even ist raus. Jetzt bin ich auf. Scheiße, Mann. Kannst du die T-10? Ja, ich muss mal fahren. Guck mal, der T-10 ist Open Field, Mann. Unser Team ist es nicht gut. Aim mir auf den T-10 und auf den Pro... Da, hier. Jetzt haut er ab. Alter, was haben wir denn für ein Team, Mann? Ich versuche hier, einen Panzer zu dreimarken. Ich kriege hier nichts. Guck bitte auf den T-10 jetzt mal. Äh, bin ich. Ja, er kommt jetzt hoch. Geht gleich wieder auf. Klar. Viel Spaß. Gönn ihn dir. Komm, noch einen. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. So, so muss das. Jetzt lad einmal wieder nach. Insgesamt haben wir jetzt 1000 AP plus wegen dir. In deinem Clip. Ähm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen was clearen. Und dann müssen wir wahrscheinlich hinten rein. Da hinten vielleicht rein. Wenn, wenn... Ich weiß noch nicht, was passiert. Das müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt nochmal was aufkriege. Aber lad mal nach. Vielleicht geht hier oben nochmal der auf oder so. Hier ist wieder der Progetto. Vielleicht macht der einen Fehler. Ne, der weiß noch nichts davon, dass er hier aufgeht. T-10, der wird da nicht mehr pieken. Oder es geht hier oben nochmal. Aber da musst du aufpassen, dass wenn da was in den Busch reinfährt... Jetzt haut er ab, der Progetto. T-10 ist wieder da. Jetzt fährt er Liss in den T-10 rein und schmeißt sich wahrscheinlich weg. Aber es kann sein, dass nochmal was aufgeht jetzt. Habe ich... Oh nein, hat er gemacht. Okay. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt bin ich wieder auf. Scheiße. Müssen wir runter hier. Oben der Progetto schießt auf mich. Steht da immer noch. Ähm, den versuche ich... Warte mal, ich spotte dir nochmal was. Ah, da ist er. Der ist nicht ganz dumm. Okay, aber er ist noch nicht gewonnen. Wir müssen... Weil wir haben ja noch diese ganzen TDs zum Ausgraben. Nixens ist der Emil jetzt fast... Ach nee, Alter. Unser Team schmeißt sich so hart rein. Kriegen wir den Emil irgendwie gekillt? Wir müssen das noch clever spielen. Und ich kann es schaffen mit der Gunmark, aber ich... Da, Shitpack. Sauber ist zwar nicht mein Spot, aber... Sieht gut aus insgesamt. Hey, Christian, moin. Wenn ich jetzt halt noch irgendwie einen Tod spotte... Warte mal, den Emil. Ich kenne schnell den Emil. Ich schieße im Boden, Mann. Ich bin so flecht. Jetzt muss ich warten. Weißt du, wenn ich die ISO oder so spotten kann hinterher... Oder den Progetto da oben. Ja, ja, da... Wo ist denn die ISO? Und was ist denn das andere neben der ISO? Noch eine ISO? Ja, so bin ich. Aim da mal hin. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Entweder ich kriege den Progetto oder die ISO. Ich kriege doch nochmal was auf. Ich mache langsam, ja. Weil ich habe keinen Bock, in die ISO reinzupassen. Da oben. Happy Farming. Progetto. Ja. Tracked. Wird da noch zwei drin. Dann lad nach, lad nach. Ich spotte dir jetzt erstmal nichts mehr. Lad nach. Ah, jetzt ist da hinten die ISO. Ah, okay. Ist nicht mein Spot, anyway. Okay, ich habe aber fast die Gunnack. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen. Vielleicht mache ich auch einfach Damage. Ja, komm einfach zu mir jetzt. Dann hauen wir da noch den Rest raus. Kann ich einfach noch zwei, drei Schuss Damage machen? Habe ich gemacht. Jetzt ist er wieder da oben, Mann. Der lässt das auch nicht sein mit seinem... ... mit seinem Progetto, ne? Ich will jetzt noch nicht das Game schmeißen. Das ist noch knapp. Ich wollte einfach da zu ISO durchfahren. Dieser Progetto nervt mich. Der wird da gleich wieder pieken. Oh, Mann. Vielleicht habe ich blind, dass das ist. Der schmeißt den Baum, hast du gesehen? Da sitzt er wieder. Der hockt an der Schräge mit seinem Progetto. Kannst du mich abcovern? Ich fahre ran an den. Aim bitte auf den Progetto. Richtung Progetto. Wenn er rauskommt, dann muss er platzen. Nein, ich glaube nicht, dass er kommt, aber... ... ich fahre an die Wand ran. Jetzt, dass ich... Ich muss zwei Schüsse auf die ISO machen, dann habe ich... ... dann kannst du machen, was du willst. Ja. Weil dann habe ich wenigstens das Ding. Solange der nicht rauskommt halt. Oder solange mich die ISO jetzt irgendwie nicht sieht. Ist okay, aber du kannst jetzt, glaube ich, auch rankommen. Du willst aber so, dass du halt nicht stirbst. Oder kannst du eine ISO spotten für mich? Dann kann ich auch da aufschießen. Da hinten in dem Loch. Also ohne dich wegzuschmeißen. Wir haben nur 400... Da ist was okay. Alter, ich habe da noch ein Dings gefunden. Charity auch noch. Komm, ich brauche noch zwei Schuss. Zwei Schuss brauche ich noch. Aber mach einfach damage so gut, wie du kannst. Ich habe sie. Lass uns das noch gewinnen. Das ist noch eine gute YouTube-Runde. Warte, dann, wenn die ISO hinten rausfährt, ist er tot. Bleib am Leben, bleib am Leben. Ich sterbe, glaube ich. Nein, schaff das. Geh safe. Oh, er bounced richtig. Nice. Ist noch nicht gewonnen jetzt. Laden kannst du einen Clip nach und geh woanders... ... peek woanders. Ja, ich feuer jetzt. Wir verlieren uns gerade wieder. War komplett weg, wenn jetzt der 274 hier auch noch rauskommt. Kriegt ihr... Kriegt ihr diese ISO gekillt da? Nein, nein. Und fahr wann das denn? Der T-54 ist nicht so clever. Ich versuche, dem zu helfen. Er lässt sich geben. Ich kann ihm nicht helfen. Ich bin one shot gegen den. Okay, ich kann ihm helfen. Die Zoo nimmt mich. Okay, jetzt musst du uns gewinnen. Ach, die Zoo geht auf mich, Mann. Und dieser T-54 ist nicht clever. Ja, er lässt sich jetzt ernten. Er ist übelst lost, Alter. Der T-54 schmeißt das Game. Der schmeißt das. Alter, er lässt sich jetzt ernten. Alter, das ist... Oh Gott, Alter. Du musst das jetzt carryen. Hast du einen Clip drin? Ja, der Progetto ist halt... Die zwei sind absolut lost. Jetzt bin ich raus und schon ist es minus 500. Der ist lost. Schiss. Ja, jetzt verpiss dich nach hinten rein. Da kommst du nicht ran, oder? Kommst du ran? Mach ihn. Nice one. Das ist auch drei Schuss, ne? Ähm... Wirklich. Also die sind alle One Shot für einen Schuss von dir. Also du brauchst drei Schüsse, um alle bereit zu killen. Der T-54 ist der letzte Drottel. Der ist saudumm. Der stirbt jetzt. Der stirbt jetzt. Hat er einen gemacht, okay. Jetzt stirbt er. Alles One Shots. Alles super One Shots. Lad einfach mal... Lad noch einen Clip. Da hat einen Clip. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube ich. Lad einen Clip. Die Sue ist da noch gewesen. Die hat ihn ja gekillt. Ja, geh dahinter. Geh dahinter. Hm. Wenn du jetzt dahinter fährst, kommt dir die Sue entgegen. Die müsstest du über einen Doppelbusch killen am besten. Oh, warte mal ihn. Nein, er sieht dich. Ja, wow. Ja. Hat eine gute Crew. Ist ein guter Spieler. 16 habe ich noch auf der Uhr. Ja, aber denk dran, dass dich die Sue dann auch abämmt. Kannst du über einen Busch pieken? Ja, oder... Ich denke halt, dass die Sue hier... Du musst den pieken. Du musst den pieken, wenn du... Ja. Ja. Du hast nicht Zeit, das... Du musst es riskieren. Wenn du stirbst, dann ist es halt so. Bevor die Sue und da andere da sind. Jetzt geh runter, 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 runter. Rückwärts, rückwärts. Jetzt hast du noch drei Schuss, ne? Ja. Hm, das müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Okay, jetzt müsstest du gucken, ob die Sue von da kommt. Charity braucht noch ein bisschen länger. Immer, immer über Hügel gucken, nur mit dem Turm rüber pieken, dann kannst du es machen. Ich denke, dass die Sue noch ein bisschen weiter hinten ist, aber man weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass sie jetzt hier ist, vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Ist so eine Optik dabei? Ne, ne? Doch. Okay, super. Dann geh an die nächste Hügelkuppe. Okay, das war die Sue, ja. Bleib unten, bleib erstmal unten. Wo kann sie dich gespottet haben? Von der Mitte? Sie kann von der Mitte aus dich gespottet haben? Mhm. Oder von halt da, ne? Ich denke mal ja da, weil das ist schon arg weit weg. Ja. Es kann auch sein, dass der Charity jetzt natürlich kommt, hinter dir. Ja, die outspottet dich. Die sitzt ja irgendwann im Busch. Darfst du nicht zu weit oben. Mhm. Das ist halt die Frage, was du jetzt machst. Im Prinzip musst du damit rechnen, dass jetzt der Charity hier kommt. Oder du brauchst das Busch. Kannst du irgendeinen Busch finden, wo du dich reinsetzen kannst? Mhm. Kannst du auch wieder zurückfahren. Gehst du, wenn du zurückgehst, oder gehst du dann auf? Ganz an der Außenlinie. Ob du da jetzt aufgehst, ist die Frage. Da ist er, da ist er. Hast du? Hat geschossen. Was ist denn das für eine Rolle? Egal, passt. Jetzt hast du noch einen Schuss, ne? Da ist ein Baum gefallen, oder nicht? Oder? Ja, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Genau vor dir. Ja, hab ich gesehen, hat gestaubt. Du hast noch einen Schuss, ne? Der reicht. Ja. Piekt es weiter links. Ah, außenrum. Der hockt sich wahrscheinlich jetzt da in den Busch rein. Der hat die Mauer da kaputtgefahren. Ja, rechts, rechts, rechts. Kommt, der kommt. Ja, nice. Ja. Sehr schön, Alter. Das war, das hab ich, die Mauer, ich hab gesehen, dass er da die Mauer zerfallen hat. Das hat gestaubt. Ja, ja, ich hab irgendwas stauben oder einen Baum fallen sehen oder irgendwas. Aber die Lowroll auf die Sohle... Ja, 275, Mann. Das ist so, stell dir mal vor, du hättest jetzt den Schuss halt irgendwie, ja, in der Kette gesetzt oder so. Ja, weil da war noch eine Mauer zwischen dem, also ich musste so gesehen halt blind schießen. Ah, gut. Das ist mal wieder ein Abschluss, ey, von der Gunmark. Also spannender geht's ja nicht. Kann man nicht sagen, dass wir das nicht gecarried haben oder was. Holy shit. Das war eine spannende Runde, ey. Fodka-Hype. Ja, aber siehst du, wie wird das raus... So haben wir das ganz gut gemacht, denke ich mal. Eigentlich ist sowas cheaten. Wieso ist sowas cheaten? Nur weil ich sehe, wenn da was zerfährt. Wir reporten mit Replay. Ja, weil ich mein Gott, für was sind wir denn im Platoon? Und das war doch klar. Ich hab genau gesagt, dass es da geht, kommt die Suh jetzt? Das hätte ich auch so... Ja, der T490 war echt traurig anzuschauen. Der war so ein überforderter Typ. Wo ist er denn? Egal. Na, er hat immer noch 2-7 gemacht, aber er war die verloren feierabende Spieler. Na ja, wenigstens ist da der Alarmeprogramm. Egal. Ich hab 3-6-Bot und 2-Damage. Das heißt, 5.000... 6.000 kombiniert. Ja. Ich muss ja auch 20-20 schießen, ne? Jeder Schuss zählt, ey. 20-20, ja. Das war gut, ey.